Nun werden wir unsere Schaltung noch etwas erweitern und eine kleine Ampel bauen. Dafür benötigen wir noch zwei weitere LEDs, vorzugsweise in der Farbe gelb und grün, und noch zwei Widerstände, ebenfalls 220 Ohm. Und zusätzlich benötigen wir auch noch zwei weitere Jumperkabel, wieder jeweils mit einem männlichen und einem weiblichen Ende. Wir fangen nun wieder damit an, die LEDs in das Steckboard einzusetzen, und zwar auch wieder an eine beliebige Stelle. Achten Sie darauf, dass die Kathode wieder auf der Seite mit dem Widerstand ist. Zur Erinnerung, die Kathode ist das kürzere Ende der LED. Dort einmal die grüne, die gelbe LED und die beiden Widerstände. Und zwar enden auch diese beiden Widerstände wieder auf der äußeren Minusleiste. In welches Loch sie dort stecken, ist egal. Und das gleiche noch bei der grünen LED. Und nun müssen nur noch die beiden Jumperkabel angeschlossen werden, und zwar wieder hier in einer Reihe jeweils mit der Anode der LED. Und wir verbinden das Kabel von der gelben LED mit dem Pin Nummer 5, also sozusagen mit einem Pin über dem letzten. Und das gelbe Kabel schließen wir an Pin Nummer 3 an. Das ist ebenfalls wieder ein Pin darüber. Und das war es auch schon mit unserer Schaltung. Und jetzt können wir damit beginnen, unser Programm zu modifizieren. Dazu kopieren wir einfach das alte Programm Leuchte-Pi in eine neue Datei. Und zwar können wir das ganz einfach machen mit dem Befehl Copy, Leuchte-Pi und unser neues Programm soll dann Ampel-Pi heißen. Wenn Sie jetzt einmal mit dem Listbefehl sich die Dateien anzeigen lassen, dann sehen Sie, dass dort die Datei Ampel-Pi ist. Und das ist eine exakte Kopie unseres Programms Leuchte-Pi und das erspart uns jetzt gleich einige Tipparbeit. Starten Sie jetzt wieder den Nano-Editor mit dem Befehl nanoAmpel.py. Und nun müssen wir das Programm in einigen Punkten ergänzen. Als erstes müssen wir die beiden Pins, die wir jetzt zusätzlich auf dem GPIO-Port belegt haben, definieren als Input oder Output. Auch hier ist es natürlich so, dass die beiden Pins, die wir benutzen, ebenfalls ein Output sind. Deswegen geben wir einmal den Befehl GPIO.setup5, GPIO.out ein und anschließend noch GPIO.setup3. Und das ist ebenfalls ein Output. Nun erweitern wir auch unsere Schleife. Und zwar soll unser Programm dann eine einfache Ampelschaltung sein. Das heißt, zuerst soll die rote Lampe leuchten, anschließend die gelbe und schließlich die grüne. Wir fangen damit an, die rote LED einzuschalten. Das ist ja in unserem Fall die LED auf GPIO.7. Und hier warten wir anschließend nicht nur eine, sondern zwei Sekunden. Anschließend soll die gelbe LED angeschaltet werden. Und schauen Sie jetzt einmal auf Ihrem Steckbrett, an welchen Pin Sie die gelbe LED angeschlossen haben. Bei mir ist es Pin Nummer 5. Das heißt, ich gebe den Befehl ein GPIO.output5. und auch hier setze ich dann den Pin auf. Hi, das heißt, ich schalte die gelbe LED ein und warte auch hier wieder zwei Sekunden. Und anschließend sollen die gelbe und die rote LED ausgeschaltet werden. Den Befehl für die rote LED GPIO.out.7, GPIO.low, den haben Sie ja bereits in Ihrem Programm. Das heißt, Sie ergänzen hier einfach die Zeile GPIO.output5, GPIO.low und damit schalten Sie auch die gelbe LED aus. Nun muss natürlich noch die grüne LED angeschaltet werden. Das geschieht mit dem Befehl GPIO.output. Und in diesem Fall ist es jetzt Pin Nummer 3, der eingeschaltet werden soll. Und anschließend warten wir wieder zwei Sekunden. Und dann schalten wir die grüne LED wieder aus. GPIO.output3, GPIO.low. Und wir schalten wieder die gelbe LED ein. Das ist ja Pin Nummer 5. Warten wieder zwei Sekunden. Und schalten dann die gelbe LED wieder aus. Und jetzt können wir unser Programm wieder speichern und einmal ausführen. Steuerung X. Wenn Sie die deutsche Version verwenden, drücken Sie jetzt einfach auf J. Ich drücke auf Y. Mit Enter den Namen bestätigen. Und anschließend können Sie das Programm ausführen mit dem Befehl sudo python ampel.py. Und wenn Sie jetzt auf die LEDs schauen, dann sehen Sie, dass die Ampelschaltung funktioniert. Und wie wir es programmiert haben, leuchtet zuerst die rote LED auf und zeitgleich etwas später die gelbe. Anschließend dann die grüne, die gelbe. Die gelbe geht aus und die Schleife beginnt wieder von vorne. Noch eine kleine Bemerkung zum Schluss. Lassen Sie sich nicht von den Fehlermeldungen irritieren, die auf dem Bildschirm angezeigt werden. Sie sehen, dass hier einmal die Fehlermeldung No Channels have been set up yet, nothing to clean up angezeigt wird. Das bedeutet einfach, dass dieser Befehl GPIO.cleanup in unserem Fall nicht nötig gewesen wäre. Wie gesagt, das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Und bei der zweiten Fehlermeldung steht This channel is already in use, continuing anyway. Das heißt, dass dadurch, dass wir vorher schon unser Programm ausgeführt haben, dieser Kanal schon einmal in Benutzung war. Und das Programm gibt uns auch gleich aus, was wir tun müssen, um diese Fehlermeldung in Zukunft zu vermeiden. Nämlich den Befehl GPIO.setWarningsFalse in unser Programm einzubauen. Wenn Sie diesen Befehl übernehmen in Ihrem Programm und einfach unter GPIO.cleanup schreiben GPIO.setWarningsFalse, dann würden diese Befehle nicht angezeigt werden.